In unserem Kammerkonzert aus dem Königlichen Schloss in Ludwigsburg hören Sie nun den zweiten Satz aus der Sonate in C-Moll, Op. 13 von Ludwig van Beethoven. Eine kurze Kadenz leitet über zum Schlaflied in Fistur von Wolfgang Amadeus Mozart, Köchelverzeichnis 350. Solisten sind Eckart Karlhofer und Henner Schmidt. Eckart Karlhofer benötigt zum Blasen der Kadenz keinerlei Instrument. Die musikalische Darbietung von Henner Schmidt beruht ausschließlich auf der ungewöhnlichen Klangreinheit seiner Hände. Alles, was Sie sehen und hören, ist keine Täuschung. Applaus 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 Applaus